Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zu Stardio Valley. Wir haben Sommer. Man hört es, glaube ich, auch an der wunderschönen, sommerlich frischen Musik. Wunderbar. Alle unsere Sachen sind schon gegossen. Und ich nehme mir mal die Tipps zu Herzen, natürlich, die ich bekomme, die da gewesen wären. Unter anderem Pflanzsachen an, die nachwachsen. Und... Hi, Kätzchen. Und natürlich auch... Ist das denn da ein Stein? Ne, das ist kein Stein. Und natürlich auch... Das wurde mir noch als Tipp gesagt, wenn sie mir da ganz kurz überlegen. Ah ja, genau. Dass ich nicht möchte, was passiert, wenn ich diese Statue aktiviere. Das heißt, im Moment werde ich das mal ignorieren. Ich habe sowieso keine Ahnung. Wenn es nicht Honig ist, habe ich sowieso keine Ahnung, was die von mir wollen. Wurde ja auch gesagt, die Hühnchen ziehen frisches Gras dem Futter vor. Aber scheinbar nur frisches Frühlingsgras. Denn das sommerliche Gras wollen sie jetzt ja nicht. Wir haben bestimmt zu wenig Geld. Ist der Stall schon gebaut? Ne, der Stall ist noch nicht... Doch, der Stall ist gebaut. Das ist ja der hier. Da wäre dann theoretisch auch Futter. Hier muss ich weiter nichts machen. Ich werde mal gucken, wie viel die Tiere kosten, die wir uns aufstellen könnten. Aufstellen. Wie gemein das klingt. Wir haben übrigens aufgeschrieben, welche Früchtchen das wären. Das heißt, ich werde hier noch ein paar Sachen anpflanzen, sobald ich wieder ein bisschen Geld habe. So, das ist komplett falsch, was ich hier mache. Ich wollte eigentlich... Die fröhliche Musik lenkt mich gerade so ein bisschen ab. Muss ich gerade zugeben, das ist... So, jetzt müssen... Das kommt alles da rein. Wunderbar. Jetzt würde ich gerne einmal in die Stadt gucken. Und ich weiß ja noch, auf welcher Ebene zum Beispiel die Skelette waren. Fischen, natürlich. Thunfisch. Und ich weiß nicht, woher ich den Thunfisch kriege. Einen Tag haben wir noch... Der müsste eigentlich im Meer... Eigentlich müssten wir den im Meer fangen können. Der frische Frucht, Aprikose. Das war's. Ich wollte noch in der... In der Höhle nach Früchtchen gucken. Ah, eine Brombeere. Mehr nicht. Dann würde ich jetzt, glaube ich, einfach... Ah, wobei, ich glaube ich... Doch, wir nehmen ein bisschen Brombeeren mit. Ich glaube, heute hat keiner Geburtstag. Oder habe ich das einfach nur falschen Erinnerungen? Ich weiß es nicht. Wir nehmen ein paar Brombeerchen mit. Das werden aber auch langsam weniger, ne? So. Ein paar Brombeerchen mit. Und guck mal, was wir hier Schönes vielleicht finden. Und dann schauen wir mal, wer als nächstes Geburtstag hat. Ah, eine Gewürzbeere. Yum, yum. Ich glaube, die sind wie Lachsbeeren bei den meisten nicht ganz so beliebt. Weil man sie halt finden kann. Vermutlich wollen die alle. Manche haben ja schon einen sehr erlesenen Geschmack. Und wollen dann gerne Diamanten haben als Geschenke. Und ich werde auch immer wieder angehalten dazu. Ich soll doch endlich heiraten. Aber das Problem ist tatsächlich, es könnte, glaube ich, sein, dass dann unser Leben schwerer wird. Gesucht. Schleimjäger. Zum Erlegen von sechs roten Schleimen in den tiefen Lava-Höhlen der örtlichen Mine. Ich nehme das mal an. Und hoffe, dass wir die Schleime in den Lava... Ah, morgen hat Jess Geburtstag. Mal gucken, haben wir noch... Ich glaube, wir haben noch Feenrosen, oder? Ansonsten können wir, glaube ich, jede Art von Blume schenken. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Gehe ich in die... Ja, doch, ich gehe in die Höhle hoch. Den Thunfisch, ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Thunfisch fange, das ist so gering. Dann würde ich jetzt einfach schauen, dass wir vielleicht... Entweder in die Lava-Höhle gehen. Ich weiß noch nicht, wo die ist. Die waren, glaube ich, relativ weit unten. Vielleicht so... Moment, da gibt es auch noch ein Blümchen. Eine Edelwicke. Die waren, glaube ich, so bei Ebene 110, kann es sein. Wir gucken mal, ob es da ungefähr ist. Wenn nicht, können wir immer noch ein wenig die Höhe wechseln und einstellen. Wieder raus, wieder rein. Da ist Linus, mit dem freunden wir uns noch ein bisschen mehr an. Hallo. Ah, der Sommer. Die warme Sonne wärmt diese Dosen für mich auf. Am Abend kann ich mich dann auf eine warme Mahlzeit freuen. Möchtest du vielleicht bis dahin... Das ist ein... Bitte schön. Bitte schön, mein lieber... Mein lieber Linus. Bis dahin kannst du ja schon mal eine Beere naschen. Oder als Abend... Äh, nicht Abendessen. Als Nachtisch später dann. Ich hätte gar nicht so viel mitnehmen müssen. Aber egal. Uns geht es ja nicht darum, irgendwas zu machen. Es geht uns nur darum, dass wir ein paar Schleimis erledigen. Und hier könnten jetzt doch eigentlich Schleime für uns sein, oder? Das wäre jetzt doch ganz zauberhaft, wenn wir ein paar Schleime finden würden. Es kann natürlich sein, dass die nicht auf der Ebene hier sind, sondern auf einer anderen. Die Schurter sind... Aua. Vielleicht hätte ich doch was zum Heilen mitnehmen sollen. Aber eben dachte ich mir noch... Ja, wir gehen ja nur... Ah, da ist ein Schleim. Perfekt. Wir müssen sechs rote Schleime... Oder was müssen? Wir sollen sechs rote Schleime. Das war schon der erste, oder? Ja, genau. Genau. Das sind die richtigen Schleime. Das heißt schon mal, wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Ebene. Oder im richtigen... Ja, was heißt auf der richtigen Ebene, ne? Mehr oder weniger halt richtig. Au. Da habe ich nicht aufgepasst. Ich hoffe einfach, wir finden hier genug. Wir könnten, glaube ich, auch ein Stückchen weiter nach oben. Und wir hätten hier natürlich auch Bomben mitnehmen können. Dann wären wir ein bisschen besser durchgekommen. Da ist noch ein Schleim. Ich hoffe, der zählt. Oh, da kommt noch der mit dem... Aua. Das tut immer weh, wenn die das machen. Na, komm. Ja, komm. So, ist gut. Das müsste der zweite gewesen sein. Und da kommt die Fledermaus. Eins, zwei Schläge. War das... Hat der gegolten? Hat der gezählt? Ja, perfekt. Aber ich muss jetzt dringend... ...ein bisschen was essen. Wir nehmen mal Gewürzbeeren zuerst. Die geben nicht viel Gesundheit wieder. Wobei, sie geben tatsächlich ein bisschen mehr Gesundheit als Blaubeeren. Das ist... Ich hätte was anderes mitnehmen sollen. Aber das geht alles. Das geht alles. Ich würde gerne heute Abend halt noch bei Marnie vorbei. Wobei, ich glaube, ich habe sowieso noch nicht genug Geld. Deswegen ist es nicht ganz so wichtig, dass wir das jetzt machen mit den Tieren. Ich würde gerne einfach... ...unsere Quests erfüllen, damit ich... Ja, wie soll ich sagen, ne? Damit wir halt ein bisschen Geld verdienen. So, ne Fledermaus. So, die haben wir. Und ich fürchte fast... Ich habe keinen Weg nach unten gesehen. Das heißt, ich müsste mich hier ein bisschen durchklopfen. Und hoffen, dass wir irgendwann eine Treppe... ...äh, eine Leiter finden. Theoretisch, wenn ich heute schon mal vier Schleime schaffe, könnte ich den Rest morgen machen. Aber ich würde lieber heute alles schaffen. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Eine Lava-Geode wäre auch schön. Ich habe irgendjemand... ...mochte nicht... ...ich glaube sogar Clint... ...mochte der nicht auch Lava-Geoden als Geschenk? Ja, eine Magma-Geode. Das wäre doch eigentlich ein tolles Geschenk für ihn. Ich habe die Fledermaus gehört. Die wollte ich jetzt nicht. Ich muss mich erstmal durchprügeln, bevor ich überhaupt eine Chance habe, irgendwas zu finden. Moment. So, eins, zwei und... ...da ist weg. Die blöde Fledermäuse. Oh ne, nicht noch eine. Komm. Wie viele Fledermäuse hier halt sind. Ich suche Schleime, wisst ihr? Ansonsten gehen wir einfach noch mal ein bisschen tie... Warte, warte, da ist was Grünes. Das könnte ein Saphir sein. Oder eine Jade. Ein Smaragd. Und wir kämen noch ein Stück tiefer. Das geht natürlich auch immer. Was? Oh Gott. Ja, klar. Klar, dass ich die schlafende Fledermaus finde. Und erstmal ganz deppert hinlaufe, um zu gucken, was es denn schönes ist. Ich gehe mal einen tiefer. In der Hoffnung, dass wir hier wieder einen Schleim finden. Ja, ein Schleim. Sehr schön. So, komm. Stopp, stopp, stopp. Warte, könnte es jetzt ja auch mal langsam, aber sicher. Ja, der ist gerade sauer. So, das ist unser dritter Schleim, glaube ich. Oh Gott. Es geht uns nicht allzu gut. Und da vorne sehe ich schon wieder eine Fledermaus schlafen. Wir haben jetzt aber erst... Wir haben gerade mal die Hälfte der Schleime. Eventuell wäre eine andere Ebene besser geeignet gewesen, wo es weniger andere Feinde gibt. Ich weiß es aber absolut nicht. Und wir müssen dringend nächstes Mal besseres essen. Aber ich habe eigentlich gedacht, die Brombeeren so... So, ja, so Level 80, 79 bis... Ne, ich glaube 71 bis 79. Nur, das ist ja noch nicht gefährlich. Lass mich erst mal das hier mitnehmen, wenn ich schon hier bin. Dann würde ich gerne da oben einmal durch. Da sehe ich einen Pilz und eine Truhe. Mir geht es aber eigentlich darum, dass ich hoffentlich noch ein paar... Oh nein, keine Fledermaus. Komm, keine Fledermaus. Oh, Mino. Kann ich die nicht einfach... Okay, die ist weg. Okay. Das kleine... Das kleine Männchen da. Okay, habe ich hier jetzt noch... Nein, habe ich nicht. Okay. Schade, schade. Ich wollte eigentlich... Und es ist schon wieder Abend. Dann gehen wir am nächsten Tag zum Marney, wenn auch Jess Geburtstag hat. Das trifft sich vielleicht ganz gut. Jetzt würde ich aber gerne runter. Da muss ich nur noch eine Fledermaus besiegen. Und wir haben jetzt drei, ja? Ja. Drei Schlamm besiegt. Ja, klar. Drei Schlamm. Das heißt Schleim, liebesspiel. Okay, da ist schon der vierte. Das ist gut. Und ich bin voll reingelaufen. Sehr schön. So muss das. Bitte stirb. Komm schon. Und wenn ich jetzt hier noch Nummer fünf und sechs finde, würde ich mich auch nicht wehren, um ehrlich zu sein. Aha, mein Leben, mein Leben. Okay, das hat wirklich keinen Zweck, dass ich auf der Ebene mich mit Blaubeeren versuche, über Wasser zu halten. Ich müsste so viele Blaubeeren wieder anbauen, um meinen Verbrauch hier auszugleichen irgendwann. So, dann schauen wir doch mal. Hier ist aber auch kein Schleim mehr. Also wir könnten das morgen natürlich hinbekommen. Oh je, oh je. Wisst ihr was? Ich mach das mal anders. Ich geh mal kurz... Ich würde gerne einmal auf Ebene 105. Denn ich bin mir fast sicher, dass wir ab hier schon... Sind wir hier schon in den Lava-Höhlen? Können wir ab hier schon diese Schleime finden? Die roten. Jawohl, da sind sie doch schon. Das war jetzt der Schleim Nummer fünf, richtig? Jawohl, perfekt. Dann suchen wir uns jetzt einfach hier nämlich noch einen Schleim. Und dann wird alles gut. Dann krieg ich die Quest heute noch fertig. Ich muss mich nur einmal tiefer... Also mir einen Weg nach unten suchen. Wenn das jetzt nicht ewig dauern würde, wäre das ganz zauberhaft. Ich hätte eine Bombe mitnehmen sollen. Aber das kann ja keiner ahnen, dass man... Dass man auf dem Anschlagbrett so einen Auftrag bekommt. Aber den können wir immer noch eher zu Ende führen, als dass wir Thunfische fangen mit meinen Angelkünsten. Die sind ja fast schon legendär schlecht. So, da geht's runter. Okay. Jetzt hätte ich hier ganz gerne noch einen Schleim. Einer reicht. Mehr muss es gar nicht sein. Aber einen hätte ich ganz gerne. Okay. Einer, der Wunsch wird mir nicht erfüllt, wie es aussieht. Und wenn ich nochmal... Und wenn ich vielleicht einfach nochmal auf Ebene 105 gehe, ist der eine dann respawnt? Oder klappt so Cheaten nicht? Okay, das ist das falsche Monster. Das ganz falsche Monster. Aber wir können hier eins tiefer. Vielleicht habe ich da ja Glück. Und bevor ich eins tiefer komme... Oh je. Muss ich natürlich erst noch die... Ne, wisst ihr was? Muss ich gar nicht. Muss ich einfach nicht. So. Nein. Oh, oh. Moment, 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 Moment. Ich esse mal unsere Blaubeeren vollends. Und dann muss ich gucken. Ich glaube, ich habe den Schleim noch nicht besiegt, richtig? Es könnte auch sein, dass die... Ach, die Gilde jetzt dann schon zu... Ich glaube, die hat nur bis 21 Uhr offen, oder? Ah, wir essen jetzt auf jeden Fall erstmal zu Ende. Und dann schauen wir, dass wir jeden Schleim... Ja, wir brauchen noch den einen Schleim. Den kriegen wir aber fertig. Das kriege ich hin. Ach, toi, jetzt ist der Schleim geheilt worden. Glaube ich zumindest. Na, komm schon. Lasst euch töten, meine kleinen Schleime. Ich weiß, ihr wollt das auch. So, dann können wir jetzt einfach gleich mal nach Hause fahren. Oder hat es bis 23? Es kann auch sein, dass es bis 23 Uhr geöffnet hat. So, das müssten jetzt alle Munster sein. Schleimjäger. Jawohl. Rede mit... Ach, mit Louis reden. Okay. Dann machen wir das auf jeden Fall morgen. Louis finden wir heute garantiert nicht mehr. Es ist Mittwoch. Ich würde gern zur Bushaltestelle. Ha, was für ein aufregender Tag. Jetzt legen wir unsere Sache noch weg. Und ich suche mal für morgen. Ich hoffe... Ich hoffe, wir haben noch eine Feenrose für Jess. Wenn ja, ist die im... Nein. Werde ich hier in der grünen Kiste. Ja, wunderbar. Wir haben noch eine Feenrose. Wir haben sogar... Oh, noch gute Feenrosen. Dann nehmen wir mal hier die silberne mit. Und wir haben ein kosmisches Brötchen. Ich glaube, so habe ich die immer genannt. Versehentlich. Weißt du was? Ich mag dich nicht. Du sollst hier keinen Baum wuchern lassen. Und ich würde auch gerne hier keinen Kohlsalat haben. Ich habe... Ich mache gerade keine Mayonnaise. Okay, das ändere ich mal ganz schnell noch. Das würde ich gerne aus so einem großen silbernen Ei machen. Könnte ich... Könnte ich bitte? Nee. So. Magna-Gioden würde ich eventuell aufheben. Dann schauen wir einfach mal, dass wir das alles noch ein bisschen hinbekommen. So. Wir haben ja Zeit. Und haben es nicht eilig. Da ist Eisenerz, Kupfererz. Die Steine kommen wo ganz anders rein. Die Kohle kommt aber hier hinein. Die gemischte Saat, die würde ich noch anpflanzen, um ehrlich zu sein. Sicher ist sicher. Noch müsste die nämlich fertig werden. Also wenn es zu knapp werden würde, dann nicht mehr. Aber noch müsste die gemischte Saat eigentlich problemlos fertig werden. So. Jetzt müssten hier unten unsere... ...quarze und die Sachen, die kostbaren hier rein. Also, sofern man sie denn als kostbar bezeichnen möchte. Und das ist, ähm, hier. Die Bombe. Der Pilz kommt woanders hin. Der Saft ist da. Die Fledermaus... Ich weiß gar nicht mehr, was man aus dem Fledermausflügelchen machen konnte. Ich glaube, Harz und Schleim haben wir eigentlich woanders drin, oder? Kann das sein? Dass wir Harz und Schleim eigentlich wo... Ja, das Harz haben wir eigentlich hier. Dann können wir aber das da raus tun. Und den Schleim eigentlich auch. Dann haben wir hier so ein bisschen ne... Ich mach das mal eben so. Und jetzt die hier wieder rein. Die lass ich mal hier drin. Für den Fall, dass wir sich hier das... Komisches Brötchen. Bei mir ist es kosmisch. Und wo hatte ich denn meine Weißalgen drin? Die waren nicht hier. Die waren aber auch irgendwo an einem ganz, ganz komischen Ort. Waren die hier unten drin mit? Ja, ja, da sind sie, die Weißalgen. Perfekt. Das Brötchen tun wir in den Kühlschrank. Da müssten schon mal welche sein. Morgen hat Jess Geburtstag. Das ist auch kein Problem. Da kommen die Edelwicken rein. Und die... Ich weiß gar nicht, wo die Pilze hinkommen. Hatte ich die Pilze hier oben mit drin? Ja, aber keinen silbernen. Dann würde ich fast sagen, würde ich den gerne verkaufen. So. Pilze brauchen wir sonst nicht mehr. Und dann Brötchen noch weg. Und ja, 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 ja. Wir gehen schlafen. Genau. Und für den nächsten Tag haben wir dann alles, was wir brauchen. Na, Kätzchen, du bist auch geliebt. Perfekt. Dann kann ich jetzt hier in meinen... Katze, geht da weg. Katze. Dankeschön. So. Einmal schlafen. Ah, Kampfstufe 8. Fünf... Ja, fünf Lebenspunkte. Schleimbrutkasten. Herstellungsrezept. Herstellung zur explosive Munition. Ein Schleimbrutkasten. Alles klar. Ein winziges bisschen haben wir verdient. Genau 93 Gold durch unseren Pilz. Dann müsste ich heute mit Louis sprechen unbedingt. Und mit Jess. Das ist sehr schön. Der Wetterbericht für morgen sagt... Wunderschön und sonnig. Gestern haben wir irgendwas verpasst. Neutral gesinnt. Vielleicht... Oh. Ein Brief. Hi, wie geht es dir? Ich hoffe, dir gefällt das beigelegte Geschenk. Tschüss, Emily. Oh, Stoff. Stoff brauche ich für irgendwas. Moment, für was brauche ich Stoff? Nicht die Speisekammer. Hier, das schwarze Brett. Für irgendwas brauchten wir Stoff. Für irgendwas brauche ich Stoff. Ich dachte, ich brauche für irgendwas Stoff. Speisekammer kann es nicht sein. Aquarium auch nicht. Tresor auch nicht. Ich dachte, ich brauche... Doch, für irgendwas brauchen wir Stoff. Aber für was? Für Futter? Nein. Auch nicht. Für was? Okay, doch nicht. Wir brauchen Wolle. Na gut. Dann halt kein Stoff. Da werden unsere Sachen alle gegossen. Jetzt müssen sich unsere Tierchen... Am besten... Die Katze wird vermutlich innen sein, oder? Die treibt sich vermutlich nicht im Regen draußen rum. Wo ist mein Mädchen? Jawohl, da schläft sie. So. Schön sich um alles kümmern. Wir haben 9000 Gold. Das geht. Wird vermutlich... Eventuell würde es vielleicht sogar für ein Tierchen reichen. Aber ich bin mir nicht sicher. So, hier. Zwei Eier. Das hier und das hier noch. Und dann füttern wir jetzt natürlich auch gleich. Ähm, okay. Moment. Moment, Moment. Mepa, du müsstest da mal weggehen, damit ich an die... An das Futter rankomme. Dankeschön. So. Fresst meine Hühnchen und legt gute Eier. Am besten... Am meisten freue ich mich über die großen goldenen. Äh, Mayonnaise. Das heißt, ich könnte eigentlich gleich wieder... Neue Mayonnaise machen. Ah, Hilfe. Was ist das? Was ist das? Ein Pfirsich? Ja, wir haben einen Pfirsich. Das heißt, ich kann... Ich kann... Ne, wir brauchen Aprikose. Mist. Und ich habe mich schon gefreut. Ach, Mann, oh. Na gut, dann halt nicht. Ich habe... Ich habe wirklich schon gedacht, ja, wir haben zufällig die richtige Frucht bekommen. Na, so kann man sich täuschen. Okay. Ich lege das hier nur ganz kurz ein bisschen anders hin. Ich habe eine goldene Gewürzbeere hier schon eingelagert, oder? Ja, die ist schon drin. Die Silber, da verkaufen wir das einfach. Den Pfirsich... Warte mal, hier haben wir doch eigentlich auch einen Baum. Der müsste doch in Trost wachsen. Habe ich den schon irgendwo? Nein. Dann müsste der hier unten eventuell drin sein. Den packe ich mal hier rein. Und den Stoff... Ich weiß noch nicht, wo ich den Stoff hin tue. Ich lege das jetzt einfach mal da rein. Äh, nein, nein, nein. Nicht essen. Um Gottes Willen. Du sollst nur den Stoff hier weglegen. Und jetzt gucken wir mal... Ich nehme mal die Geoden mit. Sicher ist sicher. Falls ich sie aufbrechen lasse. Und da würde ich jetzt hier die Gewürzbeere gerne verkaufen. So, und jetzt suchen wir mal... Ach, weil der da, sie juckt. Jetzt suchen wir mal Louis und Jess. Jess, damit sie ein kleines Geburtstagsgeschenk... Uh, eine Brom... Nein. Ein Brombeerchen. Der Bus fährt ja noch nicht. Ich weiß nicht, wie ich den zum... Irgendwann kriegen wir das schon hin. Das ergibt sich irgendwann. Ist gar kein Problem. Wir haben ja noch so viel zu tun. Und ich meine, wir machen sowieso kein Speedrun. Speedrun bietet sich, glaube ich, nur an, wenn man die Achievements haben möchte. Und da ich mit dem Smarpy spiele, schalten sie sowieso keine Achievements frei, weil ich zu faul war, es einzustellen. Dass es über Steam startet. Nur für Mädchen... Pst, ich brauche Rubin. Du weißt wofür. Behalt es für dich, okay? Hey, Hayley. Okay. Ich gehe noch mal ganz kurz nach Hause und schaue mal, ob wir eine Rubin... Wah, das Donner. Das Donner und das Blitz. Und schaue mal, ob wir eine Rubin haben. Aber eigentlich denke ich, dass wir eine haben könnten. Sollten, eventuell. Und ich würde tatsächlich gerne noch mal in den Wald gehen. Auch wenn ich mich nicht unbedingt um die... Ich tue das hier einmal da rein. Auch wenn ich mich nicht unbedingt um die Süße, was auch immer, bemühe. Aber ich würde ganz gerne die Pilze da nochmal einsammeln. Perfekt. Ein Rubin. Perfekt, perfekt. Dann gehen wir doch einfach mal unten rum. Das ist okay. Gehen wir hier unten durch. Hä, was machen wir das am besten hier? Geht nicht. Ich muss tatsächlich hier mit dem... So. Ich möchte hier gar keine... Ich möchte hier gar keine neuen Bäumchen haben, um ehrlich zu sein. Ich will die... Ich will da irgendwann selber neue anpflanzen. Die Frosche immer. Es sieht so unglaublich dunkel aus. Ich weiß, ich weiß. Ich sollte, aber... Bevor ich das vergesse, ich gehe jetzt erst mal in den hübschen Wald da hinten. Oh, nein. Na gut, stimmt nicht. Ich gehe jetzt erst mal in den Wald da hinten und hole die Pilze. Und da muss ich mich ja ein bisschen mit schleimen. Aber das sind ja die ganz harmlosen Schleime. Und dann kriegen wir hier ein bisschen Pilze. Und da können wir, glaube ich, auch Trüffel oder sowas finden. Haben wir hier nicht sogar schon mal einen Trüffel gefunden? Deswegen... Deswegen... Hier auf der Fülle noch ein roter Pilz. Und ein kleiner wütender Schleim war das so. Der Zug fährt doch das Stern, total. Was für ein Zug. Ich meine, wir haben... Wir haben die... Also diese... Diese kleinen Mienen-Cards. Aber wir haben doch keinen... Richtigen Zug, oder? Das war gerade ein bisschen gruselig. Der Zug fährt durch das Sternentaut. Ist es der Geister-Express? Abby wäre begeistert. Und ich bin es auch ein bisschen. Muss ich zugeben. Ich müsste... Hier ist der Laden. Und das sind Gelbchen. So, Marnie. Wie viel kostet denn? Wie viel kostet denn so eine Kuh? Die kostet nur 1500. Okay. Wir kaufen uns eine Kuh. Eine neue, weiße Kuh. Die hätte ich ganz gerne in diesem hübschen Stall. Lutze. Wie nenne ich die denn? Ich möchte einen Zufallsnamen. Tronina. Der Name ist so schön. Den nehmen wir. Sehr schön. Ich sende dir die kleine Tronina sofort zu ihrem... Okay. Ja, bitte. Ich würde auch gerne noch eine Kuh kaufen. Das ist so schön. Eine ausgewachsene Kühe kann täglich gemolken werden. Du benötigst einen Melkkügel, um Milch sammeln zu können. Den Melkkübel kriegen wir dann schon zusammen. Chandly. Jawohl. Das nehmen wir. Habe ich meine Kühe sonst... Die kleine... Ja. Ich nehme mal drei Kühe. Also, Raya. Ja. Ja. Ich würde gerne noch mal... noch mal eine dritte Kuh kaufen. Ich weiß gar nicht, warum ich... eines großen Stalls... Okay. Na gut. Dann nehmen wir jetzt aber drei Kühe. Das reicht dann auch erst mal. Hier. Fra. Nein. Nein, Fra will ich nicht. Rabo. Nein. Was? Pretort. Nein. Billy. Nö. Katzi. Katzi ist... Nein. Wobei, Katzi... Ich erinnere mich an Katze. Snume. Wepan... Nein. Shana. Shana ist ein sehr schöner Name. Die kleine Shana. Sehr schön. Und hier ist Jess. Frau Penny bringt mir bei, wie man in Schreibschriften schreibt. Sie hat so eine schöne Handschrift. Eines Tages wirst du das auch... Ein Geburtstagsgeschenk. Das ist sehr nett. Von der ich liebe es. Ja, ist eine Feenruhe. Ich weiß doch, was du magst, mein Baby. Also, Baby im Sinne von süßes, kleines, knuddeliges, putziges Mädchen. Nicht, dass sie ein Baby... Oh Gott. Die würde mich bestimmt hassen, wenn ich da... Oh, Baby. Die würde mich hassen. Die würde mich auf ewig hassen. Ich habe es immer gehasst, wenn Leute mich kleiner gemacht haben, als ich bin. Okay. Ihr plaudern mal. Mein Vater hat mir etwas über unsere Feinde erzählt. Das Gotoro-Reich. Ein skrupelloses Volk. Okay. Du bist nicht mit meinem Sohn befreundet? Was? Doch, natürlich. Du kennst ihn vermutlich besser als ich. Ach so, vermutlich hat er gesagt, du bist mit meinem Sohn befreundet. Du bist nicht so langweilig. Dankeschön, Vincent. Das ist ein sehr schönes Kompliment. Hast du deine Schuhe abge... Äh. Ja, ich... Dankeschön. Ich gehe dann aber mal, denn ich habe die Schuhe nicht abgewischt. Lalalala. So, ich suche hier eigentlich Hayley. Und dann Louis. So. Da ist Emily. In der Calico-Wüste regnet es nie. Dort wohnt meine Freundin Sandy. Ich wünschte, ich könnte sie heute besuchen. Weil du den Regen nicht magst. Irgendwann kriegen wir das schon hin, dass wir in die Wüste dich bringen. Wenn du viel in der Sonne bist, werden deine Haare heller. Aber du willst sicher keinen Sonnenbrand bekommen. Ich will einfach nur eine gesunde Menge Sonnenlicht. Alles in Maßen, richtig? Jawohl. Und du wolltest einen Rubin haben, stimmt's? Oh, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich bin so glücklich. Das ist schön. Jetzt gehen wir noch zu Louis. Und dann sammle ich auch unsere Belohnungen ein. So, Louis. Wo ist denn der gute Louis? Ich gucke mal. Ich gucke einfach mal, wo er ist, okay? Louis ist hier. Sag mal. Doch, lege Monster. Das ist ja noch hier. Wieso hat er dann kein Ausrufezeichen, dass ich das abgeben kann? Ha, ha, ha. Der müsste hier drin sein, glaube ich. Jawohl. Schönen Nachmittag. Ja, schönen Nachmittag. Ah, Soraya, du hast uns bei unserem Schleimproblem geholfen. Danke dir. Ich hoffe, es war nicht zu viel Arbeit für dich. Diese Schleime können mit Gruppen ziemlich gefährlich sein. Es sollte nach deiner Bemühung jetzt etwas einfacher sein, auf Erkundungstüren zu gehen. Viel Spaß mit deiner Belohnung. Dankeschön. Und jetzt hole ich mir das auch gerne ab. 750 von Hayley. Und nochmal 750 von Louis. Damit ist schon mal eine Kuh bezahlt. Finde ich gut. Und jetzt würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen nachwachsendes Gemüse besorgen. Wenn ich mir das denn leisten kann. Und zwar habe ich mir notiert. Also ich wollte noch ein paar Melonen anbauen, einfach weil wir es vielleicht können. Aber erstmal wichtiger, es sind immer acht Sachen, die ich rumpflanzen kann. Deswegen wollte ich nochmal Tomaten. Die wachsen nach. Der Mais wächst nach. Mais, 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 Mais wächst nach. Außerdem, ich mache es jetzt einfach mal in meiner Reihenfolge. Chili und Tomaten. Also Peperoni. Da. Und Tomaten, Chili, Mais, Blaubeeren natürlich. Genau. Hopfen wächst auch nach. Ich weiß aber nicht, ob ich nochmal eine Reihe hopfen möchte. Sommerschmuck würde ich ehrlich gesagt nochmal gerne anfangen. Und ich würde gerne nochmal Melonen anbauen. Und zwar vier... Ja, machen wir... Ne, wir machen erstmal nur vier Melonen. Einfach, weil ich davon nicht ganz so viel habe. Also die sind sehr teuer. Und ja, das ist halt ein bisschen teuer. Okay. Dann bringen wir jetzt mal die Saat nochmal aus. Damit wir die morgen schon die ersten... Es sollte eigentlich gehen. Wir haben gerade mal den vierten. Das müsste noch funktionieren alles. Zu Clint gehe ich dann heute nicht. Und die Folge wird wie... Hier werden die Folgen immer so ein bisschen länger. Aber ich bin immer ganz froh. Solange sie nicht 50 Minuten gehen, ist alles gut. Deswegen mache ich manchmal Schluss, wenn sie so knapp eine halbe Stunde gehen. Weil ich mir einfach... Weil ich mir das einfach ehrlich gesagt nicht antun möchte. Dass ich dann eine Folge habe, die doppelt so lang ist wie vernünftig. Nur weil ich irgendwie meine, ich müsste nochmal... Nochmal einen hinterher schieben. Das ist ja auch nicht so dolle, ne? So. Hier oben werden teilweise Sachen bestimmt nachwachsen. Jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen nochmal unsere Felder... Da geht's nicht. Das hier kann ich das machen. Und hier kann ich nochmal anbauen. Außerdem hier nochmal. Hier könnte ich eventuell unsere Melonen dazwischen anbauen. Müsste ich hier so die vier? Oder einfach... Ich gebe es nämlich nach... Äh, zu... Ich habe nachgeschaut, was alles... Was alles, ähm... Wächst. Mehrfach. Und bei Melonen haben wir ja die Chance, dass sie... Dass sie irgendwie gigantisch werden, habe ich gelesen. Drei und vier. So, jetzt machen wir hier noch Blaubeeren. Zwei, drei, vier... Fünf, sechs... Sieben und acht. Eins, zwei, drei, vier... Fünf, sechs, sieben und acht. Oh, dieser Blitz immer. Den würde ich hier ganz gerne nochmal das weiter ausbauen. Da würde ich dann gerne die Tomaten anpflanzen. Eins, zwei... Upsala. Na, komm. Drei, vier... Fünf, sechs, sieben und acht. Und die letzten, den meisten, den würde ich ehrlich gesagt gerne... Ich weiß auch nicht. Hier unten vielleicht anpflanzen. Zwei, drei, vier, fünf... Sechs, sieben und acht. So, da haben wir das auch geschafft. Jetzt gucke ich mal eben kurz nach meinen kleinen Kühen. Und ich brauche einen... Einen Melk, irgendwas. Eins, zwei... Und da ist die dritte. Und natürlich bekommt ihr Futter, meine hübschen. Könnten hier, glaube ich, vier Tiere halten. Ich könnte, glaube ich, noch eine letzte Kuh kaufen, oder? Ich gucke mal, dass wir noch eine... Ich weiß, da ist Honig. Aber ich würde gerne noch eine vierte Kuh haben. Denn ich glaube, letztlich profitieren wir davon, wenn wir mehr Kühe haben. Weil wir dann mehr Milch bekommen. Mehr May... Nee, Mayonnaise machen wir aus Eiern. Und eben mehr Milchprodukte kaufen können. Äh, herstellen können. Und wir können ja vier Tiere im Stall halten. Also, husch, husch, bevor Marni steht... Oh, komm, komm, komm. Ich will da noch einen. Ich will da noch einen. Ich will da noch einen. Wieso kann ich da nicht mehr Marni? Das ist aber jetzt nicht nett. Ja, ich arme das Ding. Ich wollte bei denen noch eine Kuh kaufen. Ach, Menno. Ah, ich wollte aber noch eine Kuh. Ah, no. Okay, ich gehe am nächsten Tag noch eine Kuh kaufen. Mache ich jetzt einfach. Vielleicht... Ja, doch, doch, das mache ich. Eiskalt. Ich packe mir da noch eine Kuh rein. Ich will vier Kühe haben. Damit die... Damit die vier Freunde sind. Und nie eine alleine sein muss. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, dass hier ganz große Melonen rauswachsen. Okay, das Problem ist jetzt der Honig. Erstmal, das wird noch ein wilder Honig werden, fürchte ich. Ja, vielleicht ist Wildhonig. Habe ich eigentlich heute... Oh, da, wunderbar. Und Mayonnaise. Natürlich die gute Mayonnaise. War ich da heute schon? Da war ich heute entweder schon drin oder sehe ich nichts Neues. Dann könnte ich jetzt nochmal zwei Sachen einlegen. Hier die Mayonnaise rein. Und natürlich nehmen wir wieder ein Ei mit. Hm. Das Zeug, habe ich jetzt gesagt, packe ich hier rein. Das ist gut so. Oh, Moment. Das eingemachte hier, die... Aha, Lachsbeergelee. Das verkaufen wir einfach mal. Die würde ich in den Müllaufbereiter tun. Genauso wie die Brillen vielleicht. Ich möchte einfach so ein bisschen was aus unserem Inventar wegbekommen. So, dann kam jetzt hier rein das Holz. Genau. Und ich brauche zwei Früchte. Dann nehmen wir jetzt einfach... Was könnten wir denn einlegen? Wie wäre es mit eingelegten Preiselbeeren? Das klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht. So, falls ich sie überhaupt einlegen kann. Aber eigentlich müsste das gehen. Preiselbeergelee ist jetzt nicht das Exotischste der Welt. So, und dann haben wir hier einmal eine CD. Und einmal eine Brille. Und die Brille, das tue ich jetzt einfach auch wieder in die richtige Kiste. Das passt dann schon. Dann verkaufen wir eben schnell die Lachsbeeren. Sortieren. Und ich muss die Pilze noch wegräumen. Und die Geode tue ich jetzt einfach wieder hier unten reinlegen. Jetzt habe ich nicht geschaut, ob morgen jemand Geburtstag hat. Aber heute hatte Jess Geburtstag. Und ich glaube, am nächsten Tag ist es unwahrscheinlich, dass am nächsten Tag direkt schon jemand Geburtstag hätte. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, dass das unwahrscheinlich ist. So, der normale Pilz kommt hier rein. Der goldene, den tun wir da einfach auch mal reinlegen. Das Lachsbeergelee verkaufen wir. Und den wilden Honig jetzt einfach auch. So. Dann, ich weiß jetzt halt nicht, sollen wir noch irgendwas machen? Wir könnten noch ein bisschen hier unser Zeug bereinigen. Hier vielleicht noch so ein paar Bäume fällen für ein wenig Holz. Irgendwann möchte ich ja auch gerne meine großen, also meine ganzen Bäume anpflanzen. Der eine Aprikosenbaum, da wird er so ein bisschen, oder Pfirsich? Ich weiß es nicht. Der eine Baum wird da auf jeden Fall immer so ein bisschen allein stehen. Aber für den Rest möchte ich gerne hier unten irgendwann viel Platz haben. Oh, da ist noch Gras. So, da ist kein Hartholz dabei. Hier ist aber noch Gras. Das hätte ich jetzt ganz gern geschnitten. Dann muss ich mir aber erst mal ein Wehkind bahnen. Ich könnte auch Gras... Ah, nee, kann ich nicht. Ich hätte Gras anpflanzen können, glaube ich. Jetzt habe ich vermutlich kein Geld mehr, um das zu machen. Ein bisschen Heu bekommen wir. Notfalls muss ich halt ein wenig Heu nachkaufen. Aber das Gute ist, wir haben zwei Silos. Das sollte sich... Eventuell kann ich ja auch im Herbst... Ich glaube, im Herbst kann ich kein Gras mehr einlagern. Das müsste ich... Hätte ich primär im Frühling machen müssen. Aber mein Gott. Das geht schon. So ein bisschen könnten wir notfalls auch... So ein bisschen könnten wir notfalls auch dazu kaufen im Winter. Wir werden ja jetzt viel ernten können im Sommer. So. Machen wir hier die Bäumchen weg. Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, einfach zu sagen, ich möchte hier keine Bäume. Eigentlich ja schön, dass es hier wächst und wuchert, aber... Wir haben noch ein bisschen Energie und vor allem noch ein bisschen Zeit auch. Den Baum hier würde ich gerne weg haben. Ich glaube aber, ich habe irgendwo tatsächlich... Ich habe irgendwo, glaube ich, tatsächlich... Den Baum gefällt, an dem eigentlich noch so ein Sammelbehälter hing. Oder? Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es kommt mir so vor, als würden wir da... Ziehen wir noch... Ich gucke mal eben noch mal. Wir haben da den einen, da hinten den anderen. Oh, die Mayonnaise ist ja schon fertig. Sehr schön. Dann stellen wir da gleich noch mal was Neues her. Verfeinerter Quarz darf weg. Der ist aber nicht hier drin. Da wollte ich die Brillen nur rausholen. Und eine... Ein Ei hätte ich ganz gerne. Hier so eins. Jetzt muss ich das nur mal ganz kurz oben hinlegen. Bevor ich dann die Sachen wegpacke. Das kommt da rein. Der verfeinerte Quarz war, glaube ich, nicht bei den... Das hier. Und jetzt die beiden Brillen, dann haben wir die weg. Der verfeinerte Quarz war, glaube ich, bei unseren... Ja, ja, ja. Ich gehe ja schon. Der war, glaube ich, bei unseren ganz normalen Sachen, oder? So, das alles hier rein. Das auch. Und der verfeinerte Quarz war, glaube ich, hier unten mit drin. Jawohl, da ist er. So. Gut. Dann gehe ich mal schlafen und beende die Folge damit. Aber natürlich dürfen wir uns noch angucken, was wir alles verdient haben. Und morgen muss ich noch eine Kuh kaufen gehen. So, ins Bett. Wie viel Geld habe ich denn gemacht mit meinen klitzekleinen Mini-Verkäufen? Finanziert es wieder eine... Ne, es finanziert keine Kuh. Bei weitem nicht. Trotzdem will ich mir noch eine holen. Ich bedanke mich einfach dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag. Wir müssen noch dieses Melkhocker-Schemel... Vermutlich muss ich da beim Tierbedarf gucken, oder so. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye. Bye.